willkommen auf meinem Alter in neuen Folge 7 days to do das ist eine Folge 2, wir sind jetzt noch in der Nacht irgendwo die sind so mit draufgekloppt bei mir weil ich will heute gern darüber man macht halt einfach so das war mein Problem was ich hatte so stirb runter hier hier stimmt keine Pfeile mehr verdammt ist ein Eisenkrieg oder was verdammt ich brauche holz für Pfeile meine verdammte Hacke weil ich glaube ich habe Pfeile machen kann für einen Kampf verdammt ich habe auch keinen Fehler verdammt die Filme ja auch noch nicht so sicher aber gut es ist Tageslaufen die dich halt nicht mehr das ist gut ich glaube ich weiß wo der chillt wo ist denn der Zombe da? und nehmt den Zombe ich glaube ich weiß wo der chillt der chillt wahrscheinlich nicht da oben oder? ich spiele nicht mehr mit, das ist nicht wichtig verdammt verdammt runter da verdammt 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 ich glaube jetzt einfach los also ähm verschluckt verschluckt hoch da defekt position alles nehmen was wir tragen können und ab hier weg hier verdammt wir müssen hier weg mit sofortiger Wirkung müssen hier weg verdammt 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 alles rein was geht und weg gleich sofort verdammt verdammt hopp verdammt 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 Johnny! Sorry Johnny! Liegen hier noch irgendwo Pfeile rum? Angriff! Diab! Er ist down! Ich bin nicht sicher ob diese Basis besser ist so wie die ausschaut Oh, Fortschritte Unterstumpf vielleicht jetzt schnell ja aber so auf lange Sicht ist es glaube ich da keine gute Option hier reinzugehen Aber ich habe schon nichts gefühlt Sonst gibt es hier nicht wirklich viel Da würde ich ehrlich gesagt auch nicht rein weil mir das so nicht ehrlich sind wenn ich da gleich drauf gehen werde wenn ich zu verpuddel mich halt Aber Mal sehen Mal sehen wie es wird Ob ich noch was finde Hau drauf! Oh Und so ist ein ganz wichtiger Tipp Hab den Schlafstück eventuell Ich habe den Schlafstück auf den Ego hinschmeißen und dann ist es Ansicht getippt Auch sie sind schon sehr heruntergekommen Aber Das heißt nichts Oh! Eingriff! Mal auf dem Kopf zählen Mal auf dem Kopf Wie ist das ein Hotel hier? Was ist das hier? Langsam brauche ich auch mal einen Ort wo ich bleiben kann Vielleicht kann ich auch hier bleiben Mal schauen Wie ist das hier? Mal schauen So 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 behältung persönlich öffnest wir machen das damit wir halt mehr besussen bekommen können auf der reihe nicht so nötig schwer würde sie zu verdammt das ist 3 auf der ps wenn sich nur an und immer aber so gefunden im Klöchen und damit der Koppel und sich doch Oh Oh Dump Oh, hopp! Nächster, komm! Verdammt! Günther! Sorry, Günther! Hier steht auch nichts mehr. Okay. Oh, Angriff! So, wir holen erstmal die Konserven da. Damit wir Essen halt haben. Weil man zu 100% sicher ist, dass in einem dieser Rommi gerade da irgendwo ein Zommen mit drin ist. Oh! Oh! Das soll mir auch so lustig sein. Oh! Oh! Da geht auch noch hoch. Verdammt! Vorsichtig! Oh! 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 Ich hab' mir gerade gleich die Probleme mit uns... Ähm... Halt jetzt alleine, ich hab dann... Ich will nicht genug, ich hab mich auch nicht mehr, Freunde. Ich hab dich umgelegt, nein. So. Brauch nicht mehr, Leute. Danke, alles gut. Oh, gut, danke. Da fängt doch noch irgendwo einer rum, ich fahr das doch. Wenn man wundert, was man sich, dass da oben noch einer rumlungen hat, irgendwo. Da ist halt immer wohl die rumlungen, genau. Weil... Ich weiß, ich finde das schön. Und wenn ihr 7D spielt... Ach, ups, was... Vielleicht nicht das, was ich wollte, gerade genauer. In der solchen Sachen, so wie... Bilder oder sowas, immer gut gucken. Das können Geheimgänge so kein Fächer sein. Wenn es da nicht immer dann steht. Oh! Die Gastruggeräume... Die Gastruggeräume... Was ist jetzt mit dem los? es dauern einem der typ aber ich merke dass die folge schon langsam zu lange wird weil ich vermute dass wir die base aufschlagen werden mache ich jetzt erstmal das einzige logische grad und zwangst du mich gerade ein bisschen ein ich würde sagen das gleich mit der folge gewesen sein wird ich hoffe darauf dass wir jetzt nicht verrecken irgendwo trägt und das war es mit der folge so